Das Land Salzburg hat seine Vergabekriterien für öffentliche Aufträge geändert. Warum dies? Wir haben schon im Jahre 2011 einen sogenannten Fairness-Katalog als Selbstbindung verkündet, wo wir gesagt haben, gewisse öffentliche Ansprüche, die wir als Auftraggeber erfüllt haben wollen, müssen in die Vergabekriterien hinein, wie zum Beispiel, dass Lehrlinge beschäftigt werden, Mitarbeiter über 50, dass auch weibliche Mitarbeiterinnen beschäftigt werden, dass zum Beispiel die Tonnagekilometer gering gehalten werden im Sinne des Umweltschutzes und anderes mehr. Und diesen Fairness-Katalog haben wir jetzt vertieft, weiter ausgedehnt. Wir geben ein ganz klares Bekenntnis ab zu Einzelgewerkvergaben, die viele Vorteile haben. Und wir geben auch ein klares Bekenntnis ab zum Subunternehmerschutz. Denn die Stärken unseres Landes sind die tüchtigen, kleinen und mittleren Unternehmen. Und die muss man auch vor Marktmacht zu einem Teil schützen, dass unfaire Vertragsbedingungen herauskommen, dass sie ja Geld nicht bekommen vom Generalunternehmer, obwohl es der zum Beispiel schon bekommen hat, und anderes mehr. Zu diesem Bereich gibt es eine Arbeitsgruppe. Also wir entwickeln das auch weiter fort. Heute haben wir mal festgelegt, das grundsätzliche Bekenntnis zu den Einzelgewerkvergaben auf der einen Seite. Auf der anderen Seite die Reduzierung des Wertes, ab dem diese Kriterien gelten. Und ich glaube, das ist schon ein wichtiger Schritt vorwärts. Für die Salzburger Wirtschaft, vor allem für die Bauwirtschaft und Baunebengewebe, war das ein ganz bedeutender Schritt. Jetzt ist dieser zweite Teil des Fairness-Abkommens, weil wir damit faire Rahmenbedingungen, vor allem für die kleinen und mittelständischen Unternehmungen, bereitstellen können. Zum einen. Und zum Zweiten gibt es eben vermehrt Möglichkeiten, jetzt auch in Einzelgewerken anbieten zu können. Und das ist ein ganz großer qualitativer Fortschritt für die regionale Auftragsvergabe und für unsere regionalen Unternehmungen.